so hi und hallo mal wieder ja ich war heute wieder in lego store einkaufen da habe ich auch wieder ein geschenk bekommen und was das vip paket mit der nummer 40 178 205 teile soll kosten 19,95 also 20 euro wenn man es kaufen kann weil der wert ist dafür 20 euro und man hat es umsonst gekriegt wenn man einen wert von 125 euro ausgegeben hat ja ich habe zwei davon bekommen und fünf tuten von die lego den jago figuren habe ich fünf stück bekommen und hiervon zwei aber was da jetzt hinter steckt und wie es fertig aussieht das möchte ich euch natürlich jetzt mal zeigen weil es wollen ja doch einige wissen wie so ein paket aussieht und was dahinter steckt aber ich werde sie jetzt etwas länger brauchen jetzt um aufzumachen weil die tütchen wisst ihr ja selber dass man sie vernünftig dazu machen kann weil sowas ist ein sammlerwert nach der zeit in das große tütchen befinden sich eins zwei drei und vier kleine tütchen ein bogen aufkleber und die eigentliche bauanleitung also werde ich sie jetzt erst mal zusammenbauen natürlich werde ich das video unterbrechen sonst wird es viel zu lange dauern also wenn ich fertig gebaut habe melde ich mich natürlich wieder und sagen deswegen bis gleich so der bauspaß hat natürlich nicht lange angedauert aber ist auch klar bei 205 teile aber hier ist das fertige Produkt, es sieht richtig nice aus wie ich finde, ihr seht das sind die Teile die über sind oder zu viel drin, aber es macht ja nichts, dann ein kleiner Einkäufer mit einer Tasche wo Produkt drin ist, sieht ganz so aus wie der große im Hintergrund, dann natürlich das eigentliche Geschäft mit so Drachen an der Seite, wie ihr seht, es sieht richtig gut aus wie ich finde drehen wir das ganze mal um, ihr könnt natürlich auch hier ganz einfach auseinander ziehen und auf die Seite reinstecken, wird vielleicht besser aussehen, das eigentliche Geschäft, wie ihr seht, ist so ein Drache angegeben, wo ich diesen Drachen fertig gebaut habe und hier dran montiert hat, da hat er mich an einen alten Lego limitierten Drache erinnert und zwar an diesen hier ja, sieht nicht ganz so aus, aber passt dazu, wie ich finde gehört nicht dazu, aber nichtsdestotrotz dieses Paket soll angeblich 19,95 Euro kosten ich oder ihr da draußen kriegt das natürlich zur Zeit umsonst, wenn ihr einen Warenwert von 125 Euro Lego Produkte kauft, dann gibt es dieses Produkt umsonst dabei ich habe natürlich 2 Euro gekriegt und 5 Tüten limitiert in die Niago Figur und was ich mir alles gegönnt habe, das werde ich natürlich jetzt nach und nach unboxen also, vielleicht seid ihr darauf ja auch gespannt, es sind ein paar schöne Sachen dabei, aber jetzt wisst ihr, was hinter dem VIP Paket steckt einfach nur ein Schild, was ihr auf beiden Seiten festmachen könnt, ist nicht schlecht dann ein angedeuteter Verkaufsladen mit Kasse hinten die schönen bunten Schilder, sind allerdings Aufkleber da ist auch alles schön bunt drin, der Drache ist auch witzig gemacht, wie ich finde also, das ist das Lego Produkt 40178 einige wollen das vielleicht kaufen, ich versuche natürlich unter dem Video zu verlinken, wo ihr es sicher und bequem bestellen könnt günstiger, naja, müsst ihr selber schauen teilweise wird sowas hoch gehandelt eigentlich kostet es 19,95 oder 125 Euro Warenwert wenn ihr die Zeit ausgeben, kriegt es umsonst dabei so und jetzt seid ihr natürlich gefragt wie findet ihr das Produkt? Habt ihr es vielleicht selber schon? und 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 sagt ehrlich eure Meinung was ihr davon haltet ansonsten war es das mal wieder ein kleines Infovideo und sage wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu! bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020